willkommen zurück zu dragon age inquisition wir sind in skyhold nicht skyrim und haben aus dem nichts halte einen shot bekommen hawk getroffen unsere heldin aus dragon age 2 und dies plötzlich weg aber die müssen wir woanders wiederfinden oder da steht sie doch die gute ja da bleibt sie stehen supi so ich wollte jetzt hier noch ein wenig das schloss erkunden mal gucken was es hier noch so schönes versteckt gibt mutig kratsch ich einfach mal rum da komme ich scheinbar nicht rüber wo ein hüpf ist da auch ein weg kommt vielleicht auch nicht nein ich lass es nicht langsam laufen hier so das geht geradeaus hoch ob salat hier scheint irgendwie so eine magische grenze zu sein schade na gut dann ziehen wir mal weiter wenn es da oben nichts mehr gibt schauen wir mal wen haben hier ein großer mann sicherlich und ich kann sie Hier, komm, ich zeige dir. Okay. Aber nun? Ich habe ihn mit dem Konklaven. Ich habe einen Gehirn. Wer ist dein Freund? Das ist Grimm. Er spricht viel. Oh. Also, sind wir bereit zu töten, oder Venetori, oder... was auch das Koryphius-Berrücker? Das ist nicht nur um zu töten. Wir helfen die Inquisitor zu retten und um die nächste Empires. Hm. Well, so long as I get paid, I'm happy. That's why I signed up. I just couldn't spend my whole life on a farm. Needed to live a little, you know. What about you, Mira? Why'd you join up? I thought you were serving some noble. I saw what happened at Haven. The Inquisitor staring down that monster and his Archdemon. I don't sing the Chant of Light as much as I should. But you can't see something like that and not believe. Well, Grimm and I should find our tents. Thanks for the drink. I know every soldier under my command. You don't have that option. But a few faces might help. It was good to get their perspective. Yeah. Sounds like we could use an easy win for boys like Tanner. And vets like Mira have seen enough to be wary. You've got a good army coming along. Remember that. No matter what comes next. What can I do for you? See you later, Bull. Nice talking with you, boss. How's it going? Hm. 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 How do you think the Re-educators work? Well, I only know the basics. It wasn't my area. That said, keep a man awake long enough, ask the right questions, give the right potions, and you can get him to say anything. You don't need blood magic or demons to change someone's mind. We're a lot more fragile than we'd like to believe. You can alter someone's beliefs that easily. One of my friends was a re-educator. He said that every memory is like the page of a book. When you examine a memory, you're turning to that page, and when you're there, the page is laid bare. Write a few notes in the margins of the page, erase a word here and there, and your whole outlook changes. Always felt a little weird reading after that conversation. The re-educators sound horrible. Yeah, they probably do. Here's the thing, though. What happens in Orlais, when you commit a crime or betray a lord? They just lop your head off. At least the Qunari try to fix you. Okay. So, warte mal. Der ist aber wirklich keiner von beiden, oder? None of those sound exactly like you. Yeah, I was a special case. They sent me to Saharan, because they needed someone who could fight and hunt down problems. That whole island was a sack of cats. Incursions from Tevinter, Tal Vashath and native rebels fighting both sides. And in the middle, me. Trying to wrangle the rebels and restore order. You seem like the type who enjoys a good fight. There's a good fight, and there's finding out who put rat poison in the bread and killed a bunch of children. I hunted down a lot of rebels. Lost a lot of friends to the Vince, or the fog warriors, or the Tal Vashath. One day I woke up and couldn't think of a damned reason to keep doing my job. Turned myself into the Re-Educators. You'd heard what the Re-Educators did to their prisoners. Yes, I had. I wanted them to fix me like they fixed them. The Ben Hasrath ordered me to go to Orlais, ostensibly as a Tal Vashath, and work undercover. That's how I ended up here. Thanks for the information, Bo. No problem, boss. Anyway. Nice talking with you. Ich mag den auch. Also ich mag den echt, ohne Scheiß. So, ach, wenn du schon da bist. Na, hallo. Oh, ja. 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 Okay, komm. Hey. Enough. You're taking his side? I said enough. We needed someone to lead this Inquisition. First Liliana and I searched for the hero of Ferelden, but he had vanished. Then we looked for Hawk, but she was gone too. We thought it all connected, but no. It was just you. You who kept her from us. The Inquisition has a leader. Hawk would have been at the Conclave if anyone could have saved Most Holy. You've made your point. Varric is a liar, Inquisitor. A snake. Even after the Conclave, when we needed Hawk most, Varric kept her secret. She's with us now. We're on the same side. We all know whose side you're on, Varric. It will never be the Inquisition. It's not worth it. I must not think about what could have been. We have so much at stake. Go, Varric. Just go. Ich hoffe mal, das können wir irgendwann wieder gut machen. Ja, bevor das weg ist. Das ist nicht das, was ich erwähnt habe. Aber wenn ich nichts gelernt habe, ist es, dass ich weniger als nichts weiß. Ich glaube, das ist nichts. Diese Gegenüber Barrick hatte, aber das ist nicht fair ihm gegenüber. Also, ich glaube, so wie ich da reagiert habe, das... Mensch Mädel, du triffst nicht. War das schon irgendwie richtig? Komm, lass uns nochmal reden. Something is traveling me, Inquisitor. Liliana is receiving reports of mages becoming possessed. Templars going rogue. No one is dealing with these matters. I was hoping we might, before they get worse. We can certainly look into it. I will mark these incidents on the map as I learn of them, Inquisitor. And I would be pleased to accompany you, if and when you investigate. Hm, wenn du so fragst, auf jeden Fall. Ähm, na, das haben wir alles schon. Do you have any advice for me? Treat Dorian with caution. It's possible he could be what he seems. A Tevinter-Mage wishing to do better than his countryman. What if he is not? At best, his presence makes the Inquisition appear to have... unquestionable allies. Guter Punkt. Das ist genug für jetzt. As you wish. Hm, schade. Mehr hat's dir nicht zu sagen. Aber gut. Äh, so, was haben wir denn hier noch alles? Irgendwas zu entdecken vielleicht? Nö. Geheime Ecke. Ähm, so, wo ist dann der nächste auf unserer Liste? Also, auf unserer hier, Kartenliste. Mensch, hier gibt's so viel zu entdecken, glaube ich. Glaub nicht, dass wir das hier in... äh, dieser eine Folge schaffen. Oder ich mach die extra Liste. So, das ist Skyhold. Jeder hat irgendwas für uns. Hi. We'll be able to see Corypheus coming from miles away. He's not gonna get the better of us again. We lost good soldiers that day. Loyal men and women. Let him come. I swear I'll take the Twister Bastard down. Even if I have to die, to do it. You see, this is a personal insult, don't you? If it's not personal for you, maybe it should be. The people flock to your banner. Eager to fight for the Herald of Andraste. Their faith is a leash. And your Inquisition has taken hold of it. Tell me honestly. Are you what they say you are? Andraste hat er gefordert. Nein, ich hatte Glück. Ich hoffe, dass ich wirklich niemand bin. Du bist jemand. Du siehst nicht, was du ihnen bist? Without you, sie werden sie von Angst verwendet. Wir würden alle. Gut, sie brauchen dich, um Andrastes Messager zu sein. Es gibt ihnen Hoffnung. Die Wahrheit ist nicht wichtig. Ah, hör auf mich, Torque. Dein Zeit ist wertvoll und ich habe genug davon verwendet. So, jetzt stehe ich hier oben. Sag mal, jeder führt mich irgendwie wieder nach unten zurück. Der lässt mich hier zu oben stehen. Ja, der ist ganz schön irgendwie deprimiert. Aber ja, das war definitiv die falsche Antwort. Das sehe ich echt ein. Und du bist doch der Krem, oder? Ach nee, du bist diese kleine Frau da. Warte mal, hast du noch irgendwas Erfreuliches vielleicht? Ja. Variks Freund Hawkes sagte, dass es sich über Korruption in Grey Warden-Rankungen gab. Wissen Sie nichts über das? Korruption? Welche Art von Korruption? Koryphius. Er hat geknommen, um die Gedanken der Warden zu beeinflussen. Das kann sehr gut erklären, warum so viele haben nicht verstanden. Wenn das wahr ist, dann alle Wardens sind in Gefahr, selbst du. Wir sollten besser finden deine Brüder. Ich verstehe. Wenn Hork hat euch eine Idee, wo wir beginnen müssen, dann müssen wir sofort gehen. Wie viel wissen Sie über Chorypheus? Nicht viel. Ich habe immer gedacht, dass die Geschichte der Magister in der Golden City nur so war. Aber die Geschichte. Ich wollte sie nicht wahr sein, und sicherlich nicht zu finden, dass sie noch ein Leben ist. Chorypheus hat sich nicht mehr als Mensch zu sein. Die Darkspawn haben keine Lebenspans von Mensch. Nein, ich denke, sie haben nicht. Sie sind unnatürlich und verletzten von... evil. Es ist seit Jahrzehnt. Sie denken, dass die Wardens zu haben, die erste Darkspawn würden zu töten? Puh, der ist aber ganz spissig heute. Wissen Sie, ob es mehr Darkspawn gibt, wie Chorypheus? Ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher, dass jeder Warden weiß. Lass uns was anderes diskutieren. Was denkst du von der Inquisition? Ich denke, dass die ganze Welt auf seinen Schultern schaut und fragt, ob die Inquisition schaut. Wir sollten uns auf unsere Begründung zurückkommen. Wie du möchtest. Du bist nach allem in charge. Ich weiß nicht. Also, Inquisitor? Es ist Inquisitor. Jetzt, richtig? Erinnern wir die Kriege, die wir über zu stoppen haben. Full von kleinen Händen, die ich mit kleinen Händen stecken kann. Das ist kein Archdemon, ist das? Ja, wie habe ich in das? Ich habe auf ein Recht verletzt. Ja, die Chorypheus war ein Überraschungs. Nein, ein Überraschungsmutter wäre... Oh, ich in der figurenste Zeit, es heißt keiner. Oh, ein Magister-Godmonster, ich bin Überraschungsmutter. Imichtsgetan werden nicht das Überraschungsmutter. Du wirst mich verletzt. Was wirst du denn an? Archdemons sind genug, gut. Aber wenn das Choriffi ist wahr, die Magister wirklich verletzt die Black City. Das ist ein hazy dream, nicht wahr? Ich meine, wenn es real, real ist, dann die Seat der Maker? Real thing. Eine Seat braucht ein Buch, so die Maker? Real thing. Fairy-Story über die Start- und End-of-The-Welt? Real things. Es ist zu weit, nicht wahr? Ich will nur den Sky-Hor-Rubbisch verletzen, damit ich spielen kann. Äh. Also so ganz schlau werde ich jetzt aus der nicht. Äh. Äh. Na, warte mal, das war die... Das ist jetzt echt grad schwierig hier. Äh. 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 Also die ist manchmal echt irgendwie... Also entweder stelle ich mich nur an, oder die ist wirklich schwer zu verstehen teilweise. Äh. 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 Da hat sie recht. Da hat sie recht. Da hat sie echt recht. Äh. Äh. Blöde Kuh. Äh. 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 Need of guidance Viviane? the good, save on your guard. Our enemy advances insight we must not xyt這一 bar act first and teach them to pressures you can become the leader the faithful requires that you must do it soon. Ich mag die nicht. Eigentlich wollte ich sie jetzt gerade anfahren, aber scheinbar hat ihr das gefallen. Was bist jetzt du? Haven destroyed by Darkest Menace. Ja, das wissen wir. Wir waren da. Wen haben wir hier? Ah. Die Ordnung war zent. Ja, Commander. Na Curly? Wir waren bereit für einen Archdemon, oder was auch immer. Mit ein Warnung, wir haben... Wir waren alle schiefen von dem, was passiert. Wenn Corypheus wiederholfen wird, wir nicht mehr können. Und ich will nicht. Wir müssen uns bereit sein. Die Arbeit auf Skyhold ist in der Lage. Die Regierungen sind festgelegt. Wir sollten alles auf dem Weg in der Woche sein. Wir werden nicht von hier gehen, Inquisitor. Wie viele wurden verloren? Die meisten unserer Leute haben es in Skyhold gebracht. Vielleicht hätte es schlimmer sein. Morale war schwer, aber es hat sehr verbessert, seitdem du die Rolle von Inquisitor acceptiert hast. Du antwortest an mich. Das wäre ein Problem. Ich habe die Inquisition von Inquisitor zu überlegen, und habe militärische Gelegenheit gefordert. Das hat nicht geändert. Wir brauchen einen Liedern. Und du hast dich selbst verstanden. Du antwortete schnell zu den Angriff auf Haven. Ohne davon würden so viele mehr sterben. Ich bin dankbar für jede Hilfe, die du dir geben kannst. Danke, Inquisitor. Ich mache alles, was ich kann, um die Sicherheit unserer Menschen zu erzielen. Du hast meine Worte. So meine ich das eigentlich auch. Komm, hier bleiben... Ähm... Nein. Anmachen wollen wir nicht. Ist es etwas, was ich wissen sollte? Die Verkaufungen für Skyholds Fortifikationen sind progressiv. Stimmt. Mit dem sollten wir unbedingt mal reden jetzt. Ähm... Ja, tschüss. Stimmt. Solas, Solas, Solas. Warte mal, wer steht denn hier alles rum? Aha. Ja. Mhm. 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 Okay. Okay. Oder? Ah. Hat sie gar nicht so unrecht eigentlich. Simpel? Cool, dann haben wir unseren eigenen Chirurgen. So warte mal, ich suche mal noch die anderen zwei auf. Also... Look for Cole. Nein, 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 nein. Das ist mir jetzt egal. Solas und Leliana. Die zwei. Lisette, wer bist du denn? Oh Mann, so viele Leute! Und du? Ach ne, du bist die Sarah, okay. Ich hab schon gedacht, da ist schon wieder irgendjemand Neues, weil die war jetzt an einem Platz, wo ich sie nicht erwartet hätte. Beric. Achso, ah ja, hier nach der Aktion grad. Das war ein bisschen warm. Du bist gut? Ja, das stimmt. Das war ein bisschen warm. Wie angreie ist Cassandra? Ich habe nicht versucht, zu behalten. Ich habe die Inquisition gesagt, alles was wichtig war, bei der Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich hab auch Cassandra vergessen, wie es nach hinten ging. Du musst mit ihr sprechen. Ich verstehe, dass du dich schützt hast. Aber Dinge zwischen mir und der Seeker sind wie gut sie werden. Ich hoffe, dass alles nicht echt ist. Vielleicht ist alles ein bisschen was von der Fade und es einfach... ausgesst. So einfach kommst du mir nicht davon. Er denkt, er ist ein Magister, ein Priester Dumaat. Er sagt, er ist in die goldenen Stadt, wie in der Chantry-Tale. Wir sprechen mit diesem Warden-Friend von Hawkes und haben einen Plan, um diesen Darksporn zu töten. Wir denken nicht nur, dass Chorypheus tot war. Er war tot. Keine Puls, keine Wunderschöne, keine Wunderschöne, keine Wunderschöne. Es macht mich überraschend. Ich dachte, die Warden-Frienden hat Chorypheus um ihn zu benutzen. Vielleicht haben sie das gemacht, weil er nicht getötet wird. Wie haben Sie und Hawke sogar in eine Grey Warden-Frienden für Ancient Darkspawn gewonnen? Chorypheus schlug die Leute nach dem Hawk. Er hat sich jetzt die ganze Karta-Klan durchgeführt. Und sie hat sie den Darkspawn-Blood zu spüren. Wunderbar. Wir fangen die Karta-Karta an zu einem alten Dwarven fort in den Mountains. Natürlich war es ein Verwärts. Sie brauchen die Hauke-Karte zu öffnen die Locken-Karte, und sie haben uns in die Pris-Karte zu holen. Ich hoffe, dass du richtig bist. Es muss ein Weg zu verletzten, Corypheus. Wir finden es, keine Angst. Ich hoffe, dass du richtig bist. Läger's Breath, was habe ich verletzt? Brutally murdered ist nicht wirklich das gleiche als Unleashed upon the world, Varric. In diesem Fall, es könnte sein. Aber du hast mehr wichtige Dinge zu tun, als mich überraschend zu hören. Lass mich einfach wissen, wenn du etwas geschossen möchtest. Lass das alles aneinander. Geh eine Pause. Das beste Geheimnis, das ich noch gehört habe. Ich habe mich überraschend mit dir gesprochen. Ich habe noch nie in der Inquisition veröffentlicht. Ich weiß nicht, wie ich das... ...diszipliniert. Ich bin ein Geschäft. Ich habe noch nie in der Inquisition veröffentlicht. Ich muss nicht ein Arschenspiel. Ich muss eine Freundin. Wenn du wie eine Art Entforsprache bist, wird es nicht so einfach sein. Aber du wissen nicht, was du für die Leute da sind. Der Herald von Andraste ist ein Symbol größer als von uns. Was bin ich bei dir, dann? Keine Ahnung. Ist das Ende der Welt? Andraste hat dich durch die Brüche gebracht? Ich habe keine Ahnung. Du hörst die Leute singen, nach der Haven wurde attackiert? Bitte sag mir, du wirst jetzt nicht in den Lied. Keine Ahnung, ich bin nicht so schrecklich. Ich sollte wahrscheinlich wieder zu arbeiten. Obwohl, äh... Du bist für ein Spiel von wickiger Gräse. Was kann ich als Inquisitor machen? Wie haben wir... Gibt es da neue Fragen? Und ich habe ein paar Fragen... Das ist eine ziemlich gemeinsame Reaktion. Geh auf. Kabel. Ich habe eine Minute, wenn du etwas brauchst. Was kannst du mir über dieses Carypheus erzählen? Ich bin nicht genau ein Experten, aber frag dich und ich werde antworten, was ich kann. Nein, komm. Okay, ich denke, das ist genug über Carypheus. Kein Problem. Genau. So, nee, nee. Das... Mach mal vielleicht doch ein andermal. Ich möchte jetzt hier noch den... Vor allem, wie hast du hier das... Woher kennst du... Woher kennst du das Schloss? Kann ich das... Ich muss wissen, mehr über Carypheus. Wir sprachen über das auf unsere Reaktion zu Skyhorn. Was noch mehr kann ich dir? Kassandra und Varric sind besser mit unseren Angelegenheiten. Ich bin, wie Sie sind. Sie sind ein Mage. Sie haben versucht die Breach. Sie haben einen Moment, wie ein Bastard wie dieser Bidet denkt. Ich bin und nachdenke. Ich sage keine gute Leutmacht. Aber ich werde Jaguere sagen für die Worte. Ich möchte wissen, was er nun noch einiges Obatz hat. Wie ich sagte, das sollte um die Worte entwickelt wegen seiner Breach. Ich glaube, dass die Blast zu verhindern micke Bedeutalung war mehr іgeräusch als etwas. Das Ergebnis von Unlocken Macht, der es für Jahre alt ist. Was ich nicht verstehe, ist, wie er erreicht hat, zu überleben. Du sagst, dass du glaubst, das Orb ist Elven. Ich hätte nie gedacht, dass ein Devinter-Mage ein Gehirn erzeugt. Es ist klar, dass er seine Macht hat. Er hat ihm die Macht, das ich nie wusste. Wie die Macht, um den Archdemon zu kontrollieren? Indirekt, das man denkt. Nämlich in einer Art 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 Art. Was kannst du mir erzählen, was die Macht von Carypheus? According zu den Zahlen, die Magistars von Bevinter bekommen von den alten Gästen. Carypheus hat ein falsches Archdemon. Ein Gästen der alten Gäste. Das zeigt, dass er sich nicht mehr als der Minion sieht. Einige von den Gästen von den Blighten kommt. Die resten kommt aus dem Org erzeugt. Was denkst du Carypheus werde? Was? 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 Das fand ich ehrlich gesagt einen ziemlich guten Spruch. So warte mal Liliana möchte ich jetzt hier noch schnell aufsuchen, wenn ich sie denn finde. Da ist noch was zum Lesen. Ach das hebe ich jetzt schon mal schnell auf. Komm das ist wurscht. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Der hat wohl irgendwas angefochtert. Da, 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 da. Komm, komm, komm. Wen haben wir hier oben alles? Fiona? Ah, das ist diese Magisterin. Helisma? Wer zum? Du bist? Auf jeden Fall nicht Liliana. War doch hier irgendwo. Vielleicht noch eine Stufe weiter oben. Ah, hier ist sie. Komm, das machen wir noch. Und dann glaube ich reicht's für diese Folge. Okay? Entschuldigung. So am I. The names of those we lost. You must blame me for this. We all saw who attacked us. We know exactly who to blame. I keep wondering if I could have done something different. When the first of my lookouts went missing, I pulled the rest back, awaiting more information. If they'd stayed in the field, they could have bought us more time. I was afraid to lose my agents. And instead we lost Haven. More likely they would have stayed out there, died, and we would have lost Haven anyway. You don't know that. Their lives could have bought Haven a small chance. My people know their duty. They know the risks. They understand that the Inquisition may call upon them to give their lives. Our people aren't tools to be used and discarded. Your instincts were right. Their lives matter. Can we afford such sentimentality? What if Corypheus... We are better than Corypheus. Hmm, that must have been said. Come, there's more. Your open support for the Mages likely earned you enemies. Our agents will monitor the situation. If the most opposed can be identified, we may still turn this to our advantage. You're not planning assassinations, are you? I was planning to unleash Josephine on them. She kills with kindness. Regardless, I applaud you for the courage to stand up for the Mages. The Divine's death hit you hard. How have you been feeling? Oh. You are referring to my outburst in Haven. I... I am much better now. Justinia was such a dear friend and... There were so many things going wrong. Sometimes it's best to talk these things out. I was with a hero, Ferelden, when he defeated the Archdemon. With him by my side, anything was possible. But there is no happily ever after. Not when life goes on. When the Divine requested my help, I went to her. I owed her that much. I sacrificed so much to do the Maker's work. But now, Justinia is dead. I was angry. I felt betrayed. But I shouldn't have let my emotions get the better of me. I'm sorry. Don't apologize. You were grieving and upset. I understand. Thank you. Now enough of this. Let us think more pleasant thoughts. Is there anything I should know? I have agents stationed by the ruins of Haven. Should Corypheus or his lucky return? So far nothing. And the breach has been quiet for some time. There is something at least. I'll leave you to your work. Okay. Und damit entlasse ich euch auch. Das war jetzt eine sehr unterhaltungsschwangere Episode. Und ihr habt gesehen, da gibt es noch einige Leute mehr. Aber ich denke, das werde ich auf ein paar spätere Folgen verschieben. Beim nächsten Mal gucke ich mal, dass wir ein paar Nebenmissionen machen. Also hier so ein bisschen durch unser Journal mal. Weil ich meine, die Liste ist unglaublich lang. Mal gucken. Vielleicht machen wir das direkt mit der Hawk. Das fände ich mal ganz spannend. Oder wirklich irgendwelche anderen Sachen. Hier der Hinterlands. Dieser blöde Drache. Also der geht mir wirklich auf den Keks. Den will ich unbedingt irgendwann mal niedermachen. Und vielleicht gehe ich das mal an. Aber mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Das wird sich zeigen. Ja. Irgendwann hier gibt es so viel. Also da haben wir echt wieder fleißig fleißig zu tun. Okay. Damit. Dankeschön fürs Zugucken. Auch wenn das eine längere Folge war. Ich hoffe sie hat euch gefallen. Es gehört halt zu einem Rollenspiel dazu. Dass man mal ein bisschen mit Leuten quatscht. Und ja. Die haben sich eigentlich schöne Geschichten ausgedacht. Und die Charaktere. Die finde ich auch spannender als jetzt in Dragon Age 2. Ist schön. Und vor allem die ganze Story hier. Es ist viel viel spannender gestaltet. Ich weiß so im Groben um was es geht. Und ja. Ja. Also ich will wissen wie es ausgeht. Ich muss weiter zocken. Also. Dankeschön fürs Zugucken. Tschö mit.